Hier hat es angefangen und hier wird es auch aufhören. Ich bin Feuerstein, 16 Jahre alt und das hier ist mein letztes Video. Vor genau 5 Jahren habe ich mein erstes Video auf YouTube hochgeladen. Also am 1. März 2013. Am 1. März 2018 wird das Ganze hier enden. Warum? Das hat mehrere Gründe. Zum einen spiele ich Minecraft nicht mehr privat, sondern nur noch für Aufnahmen und zum anderen habe ich wirklich keine Lust und keine Zeit mehr für YouTube. Ich möchte mich anderen Dingen widmen, die mir wirklich viel Spaß machen und die mir auch Freude bringen. Und zur Zeit ist es eben so, dass mir Videos bringen keine Freude mehr bringen. Es tut mir wirklich leid für jeden, der mich tagtäglich verfolgt. Es tut mir leid an alle Spenden, die vielleicht noch Zukunft in meinem Kanal gesehen haben. Ich bedanke mich bei allen Freunden, bei allen Mates, bei allen Designern, bei allen Spenden, bei allen Kommentaren, bei allen Tweets. Doch das ist das Ende. Ich habe euch alle sehr sehr lieb. Ihr könnt mir weiterhin auf Twitter DMs schreiben. Ich lese sie mir alle durch und ich hoffe, ihr habt noch einen sehr sehr schönen angenehmen Tag. Und wer weiß, vielleicht sieht man sich bald wieder. Seht nicht die negativen Dinge in diesem Quid. Es könnte vielleicht noch was Positives drinstecken. Wer weiß, wir sehen uns trotzdem. Hab euch lieb. Adios. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017